WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hey, warte! Oh, es ist genau in dieser Ecke, ne? Es ist da immer so bugged auf, sogar in dieser Szene. Weiter, Knopf! Was denn? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich wurde gesehen, ich bin aus einer Beziehung von GmbH im Auftrag des WDR Bitte nicht mich verletzt. Ich habe eine Frau und Kinder. Das ist dein Problem. Ich habe noch nicht den Ticket für mich verletzt. Hier, hol das Ticket in den Philippinen. Ich brauche das. Ich habe das Ticket zu verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt, verletzt, verletzt. Ich kann nicht einen Ticket zu verletzten. Stop schlafen! Wer ist das Schid-Head? Ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist mit den Maden Angeln. Die Maden Angeln? Wo sind sie? Ich kann nicht sagen. Sie werden mich töten. Ich sage es! Die Harbour. Wer ist der Böse? Ich weiß nicht, aber sie wurden von den Harbour-Geräusern verletzt. Wenn du dort gearbeitet hast, du sie kennenzulernen. Warum? Weil sie immer die neuen Leute verletzt. Die Harbour. Auf zum Hafen. Ich gucke mir das jetzt nicht an, weil eventuell ein Viertel vor dem Bus fährt, dann kriege ich ihn jetzt gerade sowieso nicht. Wir rennen jetzt erst mal schnell zur Busseitenstelle. Oder auch nicht. Was ist passiert? Hm? Was ist passiert, nicht wahr? Nein. Eine Kampf? Nein, es ist nicht so. Bitte, du musst dir aus den Problemen bleiben. Ich bin gut. Yo? Aber was, wenn etwas zu dir passiert? Nicht zufrieden. Warte mir, du wirst sich aufmerksam sein. Ja, bis zum nächsten Mal. okay wenn der bus um volle uhrzeit fährt dann will ich den krieg ja müssen wir schauen dass wir am hafen arbeit finden wahrscheinlich wird auch das im tagebuch stehen ihr habt das eben mitbekommen und gott fünf minuten ich weiß nämlich nicht welchen tag wir haben und meistens kommt er doch innerhalb der woche kommt der bus kommt der bus kommt der bus bitte 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 da kommt der bus wieder vor der nase weg fährt auf zum hafen ja no yokosuka half so gucken wir gleich noch mal im tagebuch nach was da drin steht muslimm reisebüro tv tv wird jetzt gegen die hafenarbeiter bedroht und der presse werde mit angels treffen Wenn ich dort arbeite, also suche ich einen Job. Das kann ja was werden. Äh... Entschuldigung. Hä? Was ist es? Kennst du ein Ort hier, wo ich einen Job bekomme? Einen Job? Als Sicherheitsgeber? Oder als Fahrzeugtransport? Einer ist gut. Na, warum nicht du die Offizierungen besuchen? Die Offizierungen? Es gibt Sicherheitsgebieter und Betriebsgebieter. Okay, ich versuche da zu gehen. Oder war das hier? Ne, da war das nicht. Da auch nicht. War das... Ah, hier war das. War Trading Büro. Ja, gehen wir mal rein. Ja, wenn wir da einen Job haben, dann haben wir so eine Sache für uns täglich. Pfff! Weiß nicht, ob ich das mit euch mache oder nicht. Entschuldigung. Was? Was? Wäre es möglich, dass ich hier einen Job bekommen habe? Entschuldigung, aber wir suchen jetzt keine Hilfe. Ist das so? Wissen Sie von irgendwelchen Ort im Harbour, die sich jetzt aufzuhalten? Hm... Ich bin mir nicht. Ist das so? Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Hä? Wie komme ich denn nochmal an einen Job am Hafen ran? Hm. Fragen wir nochmal ein bisschen rum. Ob man sich jetzt Chen uns helfen kann? Ne, ist zu zweifelig. Wie fragt man die Dame hier? Isakusa? Well. Ich suche einen Job rundherum hier. Wissen Sie von irgendwelchen Ort, die sich zurecht? Hm. Ich weiß nicht, ob ich einen. Du solltest einfach fragen, ob es hier umschauen. Versuch ein paar von den Leuten, die hier arbeiten. Danke. Ich werde fragen. Na gut. Dann fragen wir hier einfach mal warum. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier muss. Ich wollte einen Job am Hafen. Wer sollte ich mit sprechen? Hm. Hm. Wir haben gerade zuerst aufhören, neue Arbeitnehmer zu haben. Versuch es woanders, bitte? Okay. Hm. Entschuldigung? Entschuldigung, Forklift, komm bitte nicht loiteren! Ja, ja, ja. Darf ich nicht. Äh. Sorry, Mann. Ich bin in der Rasse. Fuck. Nee, da komme ich ja eh nicht rein. Ich kriege hier nochmal einen Job. Äh. Moment, wir gucken nochmal die Hafenkarte an. Hehe. So. Also Trainingbüro, Hafenkantine, Hafenpausenraum, Parblus Parkplatz. Äh. Okay. Okay. Ich muss jetzt schon anrufen, sollte. Ähm. Ich bin Angst, es ist gefährlich. Bleib zurück. Okay. Ja, nervt nicht. Ähm. Entschuldigung. Ah. Zu verschinden. Hast du einen Moment? Hä? Hä? Kennst du von einer Firma, die neue Arbeitern anzieht? Wer hat gesagt, du könnt mit mir sprechen? Scheiße. Ähm. Ja. Ich bin nachher für einen Harbour-Job. Wer wäre es gut, zu fragen? Na, jetzt. Warum nicht die Leute, die hier arbeiten, die hier arbeiten? Ich sehe. Ja, ganz toll. Jeder, der hier arbeitet, redet nicht mit mir. Zu dir. Entschuldigung. Was willst du? Ich schaue einen Job. Wie alt bist du? Ich bin 18. Du gehst zur Hochschule? Ich bin ein Senior. Also, du möchtest, ein bisschen schnelles Yen über den Winterverlust machen, richtig? Na, unser Job ist nicht so einfach, Kind. Komm zurück, nachdem du dein Diploma bekommst. Entschuldigung, Kind. Okay. Okay, jetzt wird's nervig. Ah, wir fragen ihn hier mal. Entschuldigung. Hast du einen Moment? Entschuldigung. Frage den anderen... Okay. Entschuldigung. Du bist... Hä? Nichts. Es ist nur... Ich denke, ich habe dich nicht falsch gesehen. Genau. Ich kam von Dovoita. Ich sehe. Es ist ein großer Harbour, nicht wahr? Sei sicher, dass du jetzt nicht verloren hast. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Äh, gut. Ich frage mal Tom. Der will irgendwie weiterhelfen kann. Tom. Hi, Dio. Kann ich dir was? Wann ich dir wissen, woher ich kann... Ich kann dir einen Job, Mann. Hm, danke. But I want to work in a warehouse or on a ship. Man, my buddy's ship just left the harbour recently. Really? That sucks. No one place that's hiring? Sorry, I have no idea, Mann. Das ist echt eine Nöhe für den Kerl. Ich sehe, danke. Äh, dann gehen wir mal zu Master Chen. Können wir da hin? Ist er da? Hey, du! Entschuldigung, äh... Ich muss Master Chen treffen. Was ist dein Name? Dio, Hazuki. So weit wie ich weiß, Master Chen ist nicht erwartet, dich. Ich bin Angst, dass ich dich nicht inbauen kann. Gut. Das hilft uns dann noch nicht weiter. Wie kam ich dir noch mal in diesen Scheiß-Shop? Und das leckt gerade mega. Das hattest du damals auch immer mal wieder gerne. Hm. Ähm, sorry. Ich bin in einer Hürriere. Ja, ich merke schon, du hast keine Ahnung. Ich überlege gerade. Warte mal, ich gehe mal hier oben lang. Manchmal muss man auf bestimmte Ecken hingehen, Wege gehen, um irgendwas zu triggern. Und dann halt... Ui. Ah, ich weiß was. Knall, 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 knall. Aber es bringt nichts. Na, gehen wir nochmal hier rum. Hm, ich werde wohl einen kleinen Cut setzen müssen. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal was nachgeschaut, nachgegoogelt. Und einmal Lagerhaus 18, einmal diesen Teddy finden. Der sich aber eigentlich nur morgens irgendwo aufhalten soll. Oh, alles klar. Oh, duuude. Oh, duuude. Seem a bit blue, my man. Got a problem? Then I'm your man. Yeah, right. I know everything about this tier harbor. Whatever it is, just ask. I want a job here. What should I do? So, want to be a sailor, hey? That's cool, man. Personally, it ain't for me. Oh, I get seasick. Enough. Oh, wait, hold up. I'll help you, man. I just happen to know a number of foremen in charge of cargo. Really? Hey, anything for you, bro? Can you ask? Oh, well, hmm. Okay, meet me at noon tomorrow. Goro, in front of the big blue door of Warehouse No. 1. 12 noon, Warehouse No. 1, in front of the big blue door. Right on, bro. See ya. Goro will mir einen Job besorgen. Morgens 12 Uhr, Lagerhaus 1, Blaue Tür. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt darf ich schon wieder 24 Stunden warten hier, oder was? Oh, oder Trigger, der das vielleicht jetzt schon nicht bezweifelt ist, aber man kann ja mal gucken. Lagerhaus 1 ist hier. Das ist die 8. Das müssen dann, glaube ich, links in der Ecke müssen die 1 sein. Äh, äh. Äh. Das ist die 1 hier, aber nö. Hey, stopp! Diese Umgebung ist ohne Unterhaltung. Hey, weg von da. Ja, ja, nervt nicht. Gut. Alter, wie lange soll ich denn jetzt darauf warten? Ich gau nochmal so lang. Gut, schade. Also, dann... hoffe ich, dass das jetzt nicht ewig für mich dauert. Für euch ja sowieso nicht. Für mich wird das jetzt wieder... ätzend. Das ist die 1. Theor своим live besort. So ist es kurz vor 12 Uhr und ja, da sollten wir uns ja hier am Lagerhaus eins eintreffen? Ich hatte ja jetzt ja einen Cut gehabt, seitdem sind drei Tage vergangen, konnte ich nicht spielen und alles, aber gut, ich bin ja eh gut im Vorlauf, so ist es 12 Uhr und nun? Yo, Bro! Ich habe dir einen Job, Mann! Wirklich? Danke. Danke. Aber du weißt, ich musste viel für dich, Mann! Was sagst du? Das wäre das Job, ich habe gefunden! Shut your lips, Mann! Hallo, Mann! Hallo, Mann! Hallo, Herrjau! Hey! Du zwei kennen uns? Herrjau! 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 Eine Frage! Wo, Gott ist ja Ehreli! Das überhaupt gedacht? Aber hier muss Karmen zuusugehen von einem dann schon ein heatederes Gamecon, packen wir übrigens mal zu und das zu machen und hätten sie überhaupt zu descobrir, können wir tatsächlich kümmern, was hätte man zu können! Da In Lohn und Brot? Ach ja, wenn ihr das Spiel spielt, auf jeden Fall 110 einmal anrufen, dann kriegt ihr auch eine Trophäe. Du äh, hast du schon mal einen Schraub fahren? Nein, Herr. Äh, naja... Nimm etwas, dann wird es getestet. Ja. Hey, Marc! Komm hier, Zack! Okay, Boss! Okay, Marc wird es von hier. Ah, ich weiß. Marc, zeig ihm wie zu fahren. Hey, Boss. Hallo, ich bin Yohazuki. Hey, Mann, ich bin Marc. Ich bin sicher, dass wir gut gehen können. Fahren wir den Forklift? Es ist einfach. Du wirst es richtig schnell sein. Oh, okay. All aboard. Oh, ich muss mal kurz eingreifen bei der Katze. Okay, du bist bereit? Let's start your lesson. First turn your wheel either left or right. Good. That's it. Next press the accelerator. Okay, good. Now back up. Different from accelerating. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Finally try raising and lowering the left. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Now back up to warehouse number three. Just there. First slide the fort under the crate. Then lift the crate and go. Okay. Easy ain't it. Okay, now it's your turn. Place the crate within the grid marking the floor of the warehouse. Okay, for the rest of the day you'll be training. Alright, take the rest of the crates to warehouse number three. Okay. I gotta get back to work, so finish the rest yourself. No problem. Wo dann halt auch was passiert. Wo dann hier im Spiel, ja, wo heute was passiert. Und das muss ich natürlich mitkriegen mit euch. Und dann werde ich versuchen natürlich die Aufnahmen zu starten. Wird dann immer relativ spontan sein. Nicht, dass ihr euch wundert. Gabelstaplerfahrer Klaus oder Uwe. Hallo Uwe. Nein, du bist ja kein Gabelstaplerfahrer, oder? Kannst du bestimmt auffahren. Machst du nicht eher LKW? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin wieder so unschlüssig, was du genau da machst. Und ich habe hier gerade mega scheiße gebaut, ich weiß. So. Huh. Oh Gott. Na, 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 komm. Oh, man hakt ja auch überall an. Aber morgens gibt es ja immer Rennen. Das wird witzig. Ja, das ist total schief, ich weiß. Ich glaube, ich kann die Kamera auch generell ändern. Oh Gott, wie das schiebt. Egal. Nein, das geht so nicht. Was mache ich denn? Ich weiß, ich lade ja auch komplett schief auf, deswegen funktioniert das auch nicht. Kriege ich da noch einen hin, irgendwie? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ging bis 5. Na komm. Ja. Hä, warum nicht der nicht hoch? So. Geht auch in der Mittagspause. Ah, jetzt sind wir ja schon nach dem Mittag. Oh komm. Nein. Komm, stell doch einfach irgendwie hin. Ist doch egal. Oh, nö. Ich hab das so verbaut. Egal. Ist auch nicht so wichtig. Da, Feueramt. Ich habe für den Tag geschlossen. Ah, gute Arbeit. Danke. Danke. Du bist mit der Bühne. Ich glaube, so. Du bist mit der Bühne. Du bist mit der Bühne. Du bist mit 300 Yen pro Kratie. Du bist mit 300 Yen pro Kratie. Du hast eine Quote jeden Tag. Du bist mit der Bühne. Du bist mit der Bühne. Ja, Herr. Du bist mit der Bühne. Wenn du gut genug bist, und ich mit der Bühne, ich werde dir eine Bühne. Ich verstehe. Du bist mit der Bühne. Du bist mit der Bühne. Du bist mit der Bühne. Vielen Dank. Du bist mit der Bühne. Es gibt etwas, was wir tun müssen, bevor wir arbeiten. Bevor wir arbeiten? Wirklich? Ja, Mann. Du siehst, wenn du hierher kommst. Oh, und nicht zu late. Okay. Okay. Ich muss über die Aktion über Mad Angels sammeln, während ich in den Docks arbeite. Mad Angels, was denn im Gegens ist das? So, aber damit verabschieben wir uns heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben jetzt einen Job und mal schauen. Die Bewertung würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.